hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute spielen wir wie ihr sehen könnt montagsbilder und ich gehe auch gleich mal rein leute und der leder ist gleich wunderschön und ich wurde mal für theater weil ich finde das eigentlich eine ziemlich geile map dann waren wir jetzt bis los geht und dann ist auch gut so die runde hat sich gefüllt nur noch zehn sekunden bald dann geht es auch schon los nice map ist theater und los geht's von 4 3 2 1 0 und ich lehre immer sehr gerne den chat jetzt weil man dann jetzt hier sehen kann was das ist und ich nehme mal die biene weil ich glaube das ist ganz einfach zu bauen und dann wechseln wir mal schön auf gras soweit eine biene und vielleicht gibt es einen kopf der aussieht wie eine biene ich gucke gleich mal gerade mal durch hier nächste seite auch nicht nächste seite auch nicht ich denke ich könnte nämlich wenn ich jetzt einen bienen kopf hätte können ich einen so eine große biene bauen und dann bienen nässer zu aber sieht nicht danach aus als dass wir hier einen bienen kopf hätten die letzte seite noch nicht auch nicht schade dann baue ich einfach nur die biene man müsse das erkennen können glaube ich so gelbe wolle schwarze wolle dann einen dings kann ja für die beine und dann nehme ich mal das blaue glas für die flügel ich glaube das könnte nämlich ganz nice aussehen und dann erstmal gucken wie mache ich das hier so ja das sieht eigentlich ziemlich gut aus dann kann ich das hier so machen und dann haben wir ja perfekt dann machen wir dann drei mal drei so eine fette biene und dann müssen wir das eigentlich nur noch einmal rund um machen noch zwei minuten so ich bin noch nicht eingebaut deswegen will ich die ganze zeit wechseln hier so ich glaube jetzt habe ich langsam ja ja das sieht doch schon mal gut aus und dann machen wir jetzt hier den hinterteil das hinterteil ich möchte nehmen den endrot als schachl ist kann man nicht benutzen die offener server nämlich als den schwarzen wolle block und dann geht es hier vorne weiter weil wir müssen platz haben für sechs beine und deswegen muss ich noch ein bisschen länger gemacht werden und ja das sollte eigentlich reichen wenn ich das hier vorne zusammen macht und jetzt mache ich das so dann wird das gesicht und dann hier noch ein bisschen abrunden leute abrunden ist wichtig und ich gebe euch einen tipp wenn ihr solches sachen macht baut es nicht zu groß lieber klein und fertig werden als groß und nicht fertig bei groß und nicht fertig ist scheiße dann habt ihr zwar vielleicht ein großes groß eine große biene jetzt zum beispiel aber es hat er nicht fertig und dann erkennt man nicht dass es eine biene ist so noch 30 sekunden das müsste reichen für die flügel zack zack hier so ganz einfache flügel gemacht und dann gibt es gleich noch ein screenshot für thumbnail einfach knöpfe und jetzt mal ich hier noch ein mond na scheiße naja ist auch egal screenshot wird gemacht und dann geht es auch schon los was könnte das sein haus was zum haus 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 es ist doch ein haus ich weiß jetzt auch nicht ich weiß jetzt auch nicht in der burg ich weiß jetzt auch nicht die wäre ich da irgendwie n n n jo wahrscheinlich ich weiß nicht als ob das ein zaun ist schlecht es ist zwar ein zaun da aber was macht das haus da kannst du nicht mal durchgucken durch die fenster guck hier perfekt einmal destroyed worden das sieht nach hühnchen aus was ist das was zum geier genau prinzessin prinzessin das ist eine prinzessin das ist eine prinzessin zwei punkte habe ich als naja das hier unten ist ein bisschen verkackt leute und ja man hätte noch eine krone oder so bauen können naja alle schreiben schneemann ja wahrscheinlich sind schneemann ja also gut war da und äh was ist und es ist fail gegangen also leute das ist nicht master bilders das ist montags bilder auf revinside.tv die ip steht ihr nehmann im bild blumentopf nee öppenschirm keine ahnung alter was ist das was was zum teufel schornstein 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 auf jeden fall jo ne taschenlampe als ob als ob es ist doch keine taschenlampe leute das ist doch keine taschenlampe ne taschenlampe liegt so siehst du ach scheiße scheiße also leute weiter geht's dann dann es war ja ähm okay das ist ein Quarzklotz mensch hä was zum geier ja okay ein mensch ist es nicht ein geist ist es nicht es besteht aus Quarzblöcken bigfoot ne auch nicht ähm ich warte auf tipps der erste ist schon da aber immer noch keine ahnung oh ist es ähm ich weiß es ich weiß es ist ein eisbär ist es ein eisbär ist ein eisbär ist ein eisbär 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 so und naja es ist scheiße was ist das ist das ein eisbär leute schreibt in die kommentare ist das ein eisbär wohl ja nicht die anderen glauben auch dass es kein eisbär ist so also was nein schatzkuhe es sind auf jeden fall goldblöcke drin Schatzkiste auch nicht okay die erste hat es erraten goldblöcke 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 ist es auch nicht was ist das denn ja schatz alter es ist aber egal es ist gut man kann sie kennen weil man nicht so dumm ist wie ich aber ja okay weiter geht's und kommt dann mal mein plot schätze habe ich ja auch schon sehen als unlösbar markier aber es ist natürlich eine glocke leute das erkennt man ich war zweiter ich bin jetzt auf dem vierten platz wie schon irgendwie die ganze zeit in diesem spiel aber naja also ja glocke weiter geht's ich finde sie eigentlich ziemlich gut also nehmt gut 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 job ich glaube auch nicht dass das fail geht weil naja ist halt ne glocke und ja weiter geht's hier kommt Rene Banane Banane helle was soll das ich war der dritte ich habe erst einen punkt erhalt was soll das ich fliffe das erste sein bitte ja der andere schreibt schon Biene das habe tatsächlich ich gebaut aber naja das baut man äh nicht das ist keine Biene das ist definitiv keine Biene da da okay ich hoffe dass jetzt mal meins kommt da ist es doch da ist es doch da ist es doch wird ziemlich schnell so mit geht es weiter Rene Banane zack 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 zwei punkte ich bin wieder auf dem dritten Platz juhui Der andere schreibt jetzt noch Biene. Wenn der andere jetzt Biene schreibt, schreibe ich auch Biene. Und ja, gebaut von meiner Unterstrich 02. Das bin tatsächlich ich. Und du hast mir einen sehr gut gegeben. Vielen Dank, vielen Dank dafür. Das ist ein Silberfisch. Leute, ist das ein Silberfisch? Gibt es hier überhaupt Mobs aus Minecraft? Nee, scheint nicht, als wäre das ein Silberfisch. Nee, Raupen ist es auch nicht. Ich bin schon dumm, ne? Igel natürlich. Es ist natürlich ein Igel. Da waren ja auch nur vier Linien. Seit wann schreibt man Silberfisch mit vier Wurschern, Alter? Aber, man kann es erkennen, ist gut. Und ja, dann geht es dann gleich mal weiter. Oder sind wir schon durch? Sieht aus, als wären wir schon durch. Okay, gut. Also, hier vier da ran. Na ja, GD. Und ja, hier. Schön. Gut. Und dann war es das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da fest. Schreibt uns, dass ihr die Hände habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.